Hallo, hier ist Martin von Songwriter Online. Willkommen zum 13. Tutorial meiner Logic-Serie. Wir sind beim dritten Teil über die verschiedenen Flex-Modi, was man mit Flex-Time alles machen kann. Einer wird noch folgen und heute zeige ich euch, wie ihr eine Audio-Region dazu bringt, euch eurem Projekt-Tempo anzupassen bzw. wie ihr Tempo-Changes, Tempo-Wechsel in euer Projekt einfügt, sodass euer komplettes Projekt schneller oder auch langsamer wird. Los geht's! Ich habe hier ein paar Loops mal ganz schnell zusammengebastelt, zusammengeworfen besser gesagt. Die hören wir uns kurz an und dann probieren wir mal das Projekt schneller zu machen. Okay, und so weiter. Nichts Besonderes. Wir haben hier einen Drum-Loop, ein paar Midi-Spuren, eine Audio-Spur. Mir ist das Ganze jetzt ein bisschen zu langsam und ich möchte jetzt den kompletten Song, das komplette Projekt ein bisschen schneller abspielen und dann gehe ich einfach hier oben rein und gebe anstatt 130 BPM, die drin waren, gebe ich 150 ein, hacke die Enter-Taste rein und wir sehen, dass Folgendes passiert. Der Drum-Loop und die beiden Midi-Spuren sind gleich lang geblieben, weil sie sich dem Tempo angepasst haben, wohingegen die Pad-Spur hier sich verlängert hat. Das bedeutet, diese Spur war offensichtlich nicht in der Lage, sich dem Tempo anzupassen und das liegt daran, dass Audio-Spuren eine fixierte Time-Base haben, wohingegen Loops und Midi-Dateien eine relative Time-Base haben. Das heißt, die können sich an eine Geschwindigkeit und auch wechselnden Geschwindigkeiten anpassen. Mit einer Audiospur, mit einer normalen Audiospur geht das nicht. Und jetzt hören wir mal, wie das klingt, was jetzt passiert ist eigentlich. Hoppla, also die Audiospur, hört ihr jetzt, ist völlig out of time. Das hat nicht funktioniert, deswegen gehe ich wieder hier zurück ins Original-Tempo auf 130 BPM. Zunächst mal noch als Hinweis, ihr könnt, wenn ihr hier oben auf die Regionen schaut, oder auf eure Tracks schaut, seht ihr hier oben, dieses Symbol ist das, daran könnt ihr erkennen, dass es sich um einen Loop handelt. Das seht ihr auch, weil ich den hier immer wiederholt habe, also geloopt habe. An diesem Symbol hier seht ihr, dass ihr eine Stereo-Audiospur habt. Diese kann sich also der Geschwindigkeit nicht anpassen. Dafür müssen wir sie aufteilen. Das machen wir mit FlexTime und dazu müssen wir sie in Ticks aufteilen. Das bekommen wir wieder über FlexTime hin. Ich mache hier oben, aktiviere ich FlexTime und wir gehen in die Ansicht. Ich mache das über den Kurzbefehl Command-F oder ihr könnt hier in die Flex-Ansicht gehen. Machen wir es mal größer. Ihr seht jetzt also, er hat sich die Flex-Marker jetzt rausgesucht. Und jetzt gehe ich mal auf automatisch, beziehungsweise hat er jetzt selber schon gemacht. Ich wähle also automatisch und da hat er sich Polyphon rausgesucht. Das verändere ich nicht. Polyphon ist der Flex-Modus für harmoniebasierte Instrumente. Das heißt Instrumente, die mehrere Töne spielen, die Harmonien spielen. Wäre das jetzt eine Monospur auf deren Bass wäre, würden wir jetzt eher Monophon wählen. Wäre es ein Schlagzeug, würden wir rhythmisch oder zerschneiden wählen. Aber Polyphon ist jetzt richtig. Wir haben sie jetzt geflext, die Patch-Spur hier. Und in der Hoffnung, dass das jetzt besser funktioniert, wechsle ich nochmal das Tempo. Er läuft jetzt auf 150 und schauen wir, was passiert. Okay, und siehe da, die Patch-Spur hat sich wie von Geisterhand jetzt dem Tempo angepasst. Es funktioniert also. Okay, probieren wir mal, das Projekt langsamer laufen zu lassen. Also nicht 150 BPM, sondern 110. Ob auch das funktioniert? Wunderbar. Also auch das funktioniert. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ihr Tempowechsel in eurem Projekt, also innerhalb eures Projekts, eures kompletten Projekts machen wollt. Das heißt, ihr möchtet zum Beispiel, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab Tag 9, zum Beispiel das Tempo schlagartig schneller wird. Oder ihr möchtet einen Slowdown-Effekt machen oder ihr möchtet das Tempo von dem kompletten Projekt langsam steigern. Auch das ist möglich. Und dazu müssen wir hier oben in die Global Tracks gehen und sehen hier unten unsere, also hier oben besser gesagt, diese Timeline hier. Das ist unsere Tempo-Automationsspur und es ist auch wirklich eine Automationsspur. Ich kann hier also Automationspunkte einzeichnen. Ich gehe mal wieder auf meine originalen 150 BPM oder lassen wir es mal bei 110 BPM und zeichne jetzt mal hier am Ende des Projekts, setze ich also einen neuen Tempo-Punkt, einen neuen Automationspunkt. Wenn ich jetzt hier das Tempo nach oben ziehe, ziehen wir mal ordentlich nach oben, dann seht ihr also, dass, hoppla, das war gar zu wild, dann seht ihr, dass hier die BPM-Zahl angezeigt wird, bei der ich mich befinde. Und würde ich jetzt das Projekt laufen lassen, würde er praktisch ab Takt 19 schlagartig von 110 BPM auf 180 BPM springen. Und jetzt ziehe ich mir diesen Punkt mal einfach runter, machen wir es mal ein bisschen krass, auf 80 BPM. Das heißt, wir haben jetzt hier 80 BPM am Projektstart und 180 bei Projektende. Und drehen wir mal ein bisschen durch und wir wollen jetzt, dass wir uns über den Verlauf von diesen 16 Takten jetzt hier 100 BPM schneller werden. Dazu nehme ich jetzt diesen Punkt hier und ziehe ihn rüber. Und ihr seht, dass hier also diese Automation eingezeichnet wird. Und ich kann jetzt auch hier so Exponentialkurven machen, dass es also langsam schneller wird und nach oben hin schneller. Machen wir es mal ein bisschen so rum. Genau, dass wir nach hinten also schneller, schneller werden sozusagen. Und jetzt hören wir mal, wie sich das anhört. Also wir starten bei 80 BPM und enden bei 180. Ob das wohl gut geht? Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Es funktioniert. Also man kann verrücktes Zeug damit machen und ihr könnt natürlich auch schöne Slowdown-Effekte damit machen. Also funktioniert wunderbar. Und da kann man also, wie gesagt, kann man richtig durchdrehen. Und es ist eine interessante Sache. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Tempo-Events einzuzeichnen. Und zwar über den Event-Editor. Wenn ihr den Event-Editor öffnet, das macht ihr hier oben, dann könnt ihr hier auf Tempo gehen. Und ihr seht jetzt hier die beiden Time-Changes oder die Geschwindigkeitsveränderungen angegeben. Also wir befinden uns bei Takt 1. Da sind wir bei Tempo 80 und bei Takt 19 jetzt bei Tempo 81, weil ich den Punkt nicht sauber rübergezogen habe. Ich kann jetzt hier auf den Plus-Button gehen und kann zum Beispiel manuell jetzt eingeben bei Takt 9, 1, 1, 1. also direkt bei Takt 9, möchte ich einen Tempo-Change, möchte ich, dass er auf 120 springt und dann seht ihr, dass er, jetzt habe ich es falsch eingeben, Takt 9 wollte ich, dass er bei Takt 9 auf 120 springt, können wir auch nochmal kurz gucken, beziehungsweise anhören, wie sich das anhört. Okay, ihr hört, wenn es sehr langsam ist, wenn es sehr langsam wird, wenn ihr um mehr als 20 BPM runterzieht, so um diesen Dreh, dann hört ihr, dass ihr gerade bei den Loops, bei den Audio-Loops schon Artefakte hört. Also unendlich sollte man es nicht übertreiben hier, aber ihr seht, man kann wirklich super kreative Sachen damit machen und kann auch externe Audiodateien sehr leicht an das Projekttempo von dem Logic-Projekt anpassen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, ich konnte euch helfen und ich freue mich natürlich immer, mein Kanal ist noch sehr, sehr klein, winzig klein, vielleicht lasst ihr mir, vielleicht abonniert ihr, wenn es euch gefällt oder lasst mir mal ein Like da oder schreibt mir was Nettes in die Kommentare, ich würde mich freuen und morgen geht es dann weiter mit dem Thema Verispeed. Bis dann!